Vielen Dank, guten Abend meine Damen und Herren. Herzlich Willkommen hier zu Kabarett und Kleinkunst bei 3SAT. Ich darf heute Abend wieder junge, aufstrebende Kolleginnen und Kollegen begrüßen und Sie wollte ich fragen, wie geht es Ihnen eigentlich so? Also ich muss sagen, mir selber geht es hervorragend. Es muss mir gut gehen. Ich höre das von allen Seiten, weil ich bin ja Krisengewinnler. Ich höre immer wieder, das ist doch toll jetzt für dich. Das sind doch tolle Zeiten fürs Kabarett, oder? Es ist doch super. Je schlechter die Lage, desto besser ist das ja fürs Kabarett. Je mieser die Menschen wirtschaftlich zurechtkommen, desto größer scheint ihr Bedürfnis nach geistiger Verwirrung zu sein. Zerstreuung, Zerstreuung, Zerstreuung. Afghanisch müsste man können. Was meinen Sie, was da jetzt ein Bedarf an Kabarett existiert? Aber, warum in die Ferne schweifen, das Schlechte liegt so nah, wir haben doch jetzt unsere echte, richtige Krise, meine Damen und Herren. In der Krise ist sie hier selbst der Nächste, oder? Ja, wenn bei Opel 25.000 Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen, dann müssen sich der Klimawandel und die 50.000 Menschen, die jeden Tag auf dem Planeten verhungern, mal hinten anstellen. Fest steht, die Krise wird sensationell gemanagt, unsere Bundesregierung sehr professionell. Wann ist eine Krise jemals derart professionell gemanagt worden, meine Damen und Herren? Ich würde sagen, bei dem Management hat die Krise eine riesen Karriere vor sich. Die Kanzlerin ist wie immer ein Schilfrohr in der Brandung. Angela Merkel legt sich ja nicht so gerne fest. Ja, sie ist ja jetzt auch nicht so ein nassforscher Typ, so wie Obama, gewählt werden, einen Plan haben und das dann abarbeiten. Die Kanzlerin ist ja Physikerin, die kommt mir von der Heisenbergchen-Unschärfe-Relation her. Auch Unbestimmtheits-Relation genannt. Die Merkel, nicht, die kommt, ist nicht saft, so saft, so machen das sie. Die Merkel kommt immer erst mal rein und dann steht sie immer erst mal so da. Dann steht sie da und dann guckt sie so. Dann denke ich immer, die ist genauso gespannt, was sie gleich sagen wird, wie ich. So, guckt ihr da. Das große Ahnungslust der Woche. Wir hatten vor einem Jahr einen Wirtschaftsminister, der hatte keine Ahnung, dass eine Krise vom jetzigen Ausmaß überhaupt herstellbar ist. Jetzt haben wir einen Wirtschaftsminister, der hat keine Ahnung, wie man die Krise meistern oder vielleicht zumindest Gesellen oder Lehrlingen könnte. Naja, wir haben eine Sonderschullehrerin als Gesundheitsministerin. Wir haben einen Englischlehrer als Umweltminister. Jetzt haben wir halt auch wieder einen Wirtschaftsminister, der hat Jura und ein bisschen Politik und Soziologie studiert. Hauptsache keine Fachkenntnisse in Wirtschaft, meine Damen und Herren. Der wird ja im Kabinett unangenehm auffallen. Wie das da im Kabinett zugeht, da haben wir jetzt so einen ganz kleinen Einblick bekommen. Haben Sie das mitbekommen? Als der Gloos zurückgetreten ist, das war interessant. Michael Gloos, der hatte ja nach dreieinhalb Jahren im Amt den ersten klaren Gedanken gefasst. Der ist morgens wach geworden und hat gesagt, ich kann das eigentlich alles nicht und ich will das auch nicht mehr. Und der hatte ja sowieso den Job nur ungern übernommen, der ist ja da blöd dran gekommen damals. Sie wissen noch, der Stoiber wollte nicht und da stand der Gloos gerade ungünstig rum. Das ist dem von Gutenberg jetzt ja auch wieder passiert. Das ist ja, als Franke ist das gefährlich. Wenn Sie als Franke in einer falschen Situation gerade dumm irgendwo ungünstig rumstehen und wenn dann noch Lothar Matthäus sein Handy abgeschaltet hat, da kriegen Sie Jobs an die Hacke, von denen hatten Sie vorher nicht mal Albträume. Jedenfalls der Gloos, der hatte gesagt, ich will nicht mehr und dann haben Merkel und Seehofer erst mal gesagt, nein nein, du bleibst. Einen ganzen Tag lang. Die haben den noch mal so einen Tag lang so richtig auflaufen lassen, noch einmal zappeln und verarschen. Auch eine schöne Sache. Und dann durfte er doch zurücktreten und dann kam es, meine Damen und Herren. Am Tag nach dem Rücktritt hat er sie in der Fraktion ausgeheult. Das war leider nur so ganz klein in der Zeitung, aber sehr schön, dieser Einblick, da hat der Gloos rumgejammert vor der Fraktion. Ja, die Merkel hätte ihn ja sowieso nie so richtig ernst genommen. Und gerade jetzt in der Krise, in der Krise habe sie ihn völlig ignoriert. Sie habe nur an den, wörtlich jetzt, nur an den Lippen von Steinbrück gehangen. Dabei müsse man dem auch jeden Satz aufschreiben. Als Heiner Geisler vor zwei Jahren erklärt hat, der Kapitalismus ist genauso gescheiter wie der Sozialismus, da hätten seine Parteifreunde ihn am liebsten so ein abgelegtes Zwangsjägchen von Westerwelle auftragen lassen. Heute sieht man diese neoliberalen Marktfetischisten auf einmal in der Talkshow rumsitzen und debattieren, ist der Kapitalismus in der Krise oder ist der Kapitalismus die Krise? Nur in einem Punkt sind sich einig, die Krise war nicht vorhersehbar. Die jetzige Krise war definitiv nicht vorhersehbar, zumindest nicht für unsere Bundesregierung und die sie beratenden Wirtschaftsweisen, also vollweise sind das ja meistens. Ich sage immer Wirtschaftsexperten, etwas Blöderes finden sie in keinem Tierpark. Sie können an unseren Eliten sehr schön beobachten, dass wir unseren materiellen Reichtum nicht zuletzt mit geistiger Armut bezahlen. Dass die Schuldenblase wirklich platzen würde, wer hätte das denken können. Dass die Schuldenblase, der wir die Aufschwünge der letzten 25 Jahre verdanken, tatsächlich platzen würde, da konnte doch kein Mensch mit rechnen. Und jetzt sehen Sie auf einmal CDU und SPD-Politiker, die immer von freier Marktwirtschaft gefaselt haben und von Deregulierung, die rennen im Fernsehen rum und schimpfen auf den Raubtierkapitalismus. Von der Gier der Manager ist die Rede. Hören Sie mal die Reden, als wenn der Teufel in Gestalt von Sarah Wagenknecht in die eingefahren wäre. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich rechne seit Jahren damit, dass es so eine große Krise mal geben wird finanziell mit der Schuldenblase. Aber dass Politiker mal derart Verstand annehmen könnten, damit hätte ich nie gerechnet, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Womit ich auch nicht gerechnet habe, ist auf einmal überall Geld da. Haben Sie schon gemerkt? Vor einem Jahr noch, als es uns gut ging, vor einem Jahr hatten wir Aufschwung. Da haben unsere grenzdebilen Minister noch von Vollbeschäftigung gefaselt, vom Abbau der Staatsverschuldung. Da hatten wir überhaupt kein Geld. Können Sie sich noch erinnern? Wenn Sie vor einem Jahr zu dem Steinbrück gegangen wären und gesagt hätten, Herr Steinbrück, rücken Sie doch mal 10 Millionen raus für ein paar Krippenplätze oder 10 Millionen für ein paar Pflegehelfer im Altersheim. Der hätte Herr Steinbrück Sie genauso fassungslos angestacht, als wenn Sie verlangt hätten, dass er nackt auf dem Tisch tanzen soll. Vor einem Jahr, als wir noch Aufschwung hatten, da konnten wir jeden Euro nur einmal ausgeben. Jetzt auf einmal Millionen, was reden Sie von Millionen? Milliarden, meine Damen und Herren, da drunter tun wir es doch gar nicht mehr. 100 Millionen Euro, das reicht bei der Hypo Real Estate gerade mal zwei Tage. Dann ist die Kohle weg. Der Steinbrück, der schmeißt mit dem Geld um sich, unser Haushaltsernährer und Obersparstrumpf, der gibt im Augenblick Geld aus, das wir nie gehabt haben und auch nie haben werden. Wie bekämpft man eine Krise, die durch das Platzen einer riesigen Schuldenblase entstanden ist? Indem man neue Schulden macht, oder? Sehen Sie, und in der Medizin diskutieren die ernsthaft darüber ab, wann man hirntot ist.